ja schönen guten tag ich bin mal wieder unterwegs und zwar bin ich diesmal mit einen kollegen und mit seinem mercedes ein bisschen auf abwägen wir wollen mal ein bisschen gucken was mit unseren autos so machbar ist ja und sind jetzt halt auf dem weg zu einer strecke wo wir ja wo wir das halt ein bisschen ausprobieren können und werden uns heute abend auch irgendwo ein schönes plätzchen und uns noch einen netten abend machen so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020